Digger, ich sitze richtig in der Scheiße. Drecks Franzosen haben mich abgezogen. Lieferung, Kohle, Transporter, alles weg. Die ganze Scheiße. Ich sitze hier, bin völlig gefickt. Da werde ich so nicht rauskommen. Angere Kerle, warum bist du sowjetig? Ich bin nicht wütend. Na, glaub ich, das ist halt auch noch. Bodensee. Ich verpiss mich an Bodensee. So, wie lange wollt ihr hier bleiben? Ja, ein paar Tage. Ein paar Tage, also zwei. Ein paar Tage? Ein paar Tage. Das sind für mich zwei Tage. Das weiß ich noch nicht genau. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen ein paar Tage bleiben. Ein paar sind für mich zwei. Ein Paar Schuhe, zwei Schuhe. Ein Paar Socken, zwei Socken. Ein paar Tage, zwei Tage. Also, ich hätte auch einen privaten Wohnwagen zu fahren mit Ihnen. Das ist ein Luxuscamping. Warte mal, du bist auf einem Campingplatz in einem Wohnwagen, Vicky. Ich kann ja hier mit niemandem normal reden. Du weißt gar nicht, wo ich hier bin. Na, das wird verfallen. Hier gibt's nur Traktoren und scheiß Bauern. Hast du Erik gesehen, wenn er irgendwas gesagt hat? Erik ist richtig gern gefressen. Er will dich verlieben. Der presst sich in Fleischwoll. Was? Das ist hier Ihr Campingplatz. Das ist mein Campingplatz seit 2008. 1 2 2 3 4 5 5 5 6